Im ersten Halbjahr 2024 steigen nach Zahlen der Bundespolizei auch wieder die Messerdelikte an. In dem gleichen Presseartikel verkündet Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, die Messer dürfen ab sofort nur noch halb so lang sein. Statt 12 cm Klingenlänge möchte man jetzt nur noch 6 cm Klingenlänge erlauben. Außerdem sollen mehr Messer- und Waffenverbotszonen Abhilfe schaffen. Das ist leider keine Satire, das hat Frau Faeser wirklich gesagt. Und weil dem Ganzen noch nicht genug ist, eine weitere Frau Faeser unterstehende Behörde, nämlich das Bundeskriminalamt sagt, seit drei Jahren geht die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland zurück. Tut mir leid für dieses Lachen, aber dass die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland zurückgeht, das ist alles, aber es entspricht nicht der Realität. Das BKA, es traut seinen eigenen Zahlen inzwischen nicht mehr so ganz und gibt diverse andere Pressestatements. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir sind wieder bei Frau Faeser, der schlechtesten Bundesinnenministerin aller Zeiten, die außer einem Vereinsverbot gegen Kompakt bisher in diesem Jahr wenig auf die Reihe bekommen hat. Das islamistische Zentrum oder das islamische Zentrum in Hamburg, die Blaue Moschee, das war schon lange überfällig. Jetzt gibt es hier die Zahlen der Bundespolizei für Messergewalt und Messerdelikte. Die Bundespolizei, die ist nur für fünf bis zehn Prozent der Delikte überhaupt zuständig, die an Bahnhöfen oder dem Gebiet, wo die Bundespolizei kontrollieren kann, überhaupt anfallen. Und so wundert es nicht, dass die Zahlen hier im ersten halben Jahr inzwischen bei 430 Fällen liegen. Letztes Jahr waren wir noch nicht mal bei den 400 im ersten Halbjahr. Also schon wieder eine Steigerung im zweistelligen Prozentbereich. Die meisten Fälle, sie kommen bei den regulären Polizeidienststellen vor. Doch dass die Messergewalt hier ansteigend ist, das wissen wir, das weißt du, das weiß ich, das wissen wir eigentlich alle. Inzwischen ist doch interessant, mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen bei der Bundespolizei haben keinen deutschen Pass. Ja, ganz richtig gehört. Über 50 Prozent der von der Bundespolizei erfassten Tatverdächtigen in Bezug zur Messergewalt sind keine Deutschen. Unter diesen, die keine Deutsche sind, stellen die Mehrheit hier afghanische Staatsbürger und Staatsbürger aus nordafrikanischen Staaten. Für die Bahnhöfe gibt es auch nichts Gutes zu vermelden. Überall sind es hier ansteigende Zahlen für die Messergewalt. Jetzt soll es hier nach der Bundesinnenministerin, Zitat, Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot schaffen. Entsprechende Waffenrechtsänderungen werden wir in Kürze vorlegen. Sie rief sie außerdem dazu auf, die Kommunen hier mehr Waffen- und Messerverbotszonen zu verhängen. Ich frage mich, was diese Bundesinnenministerin für Lagebilder konsumiert. Also, was liest diese Frau für Dinge? Es gibt katastrophale Zunahmen überall. Und dann geht sie hin und sagt einfach, ja, dann verbieten wir einfach, also wenn die Messer halb so lang. Wer stellt denn hier die Frage, wie viele der Messer, die hier benutzt werden, sind denn überhaupt legal oder illegal? Das ist ja völlig irrelevant. Was ist denn mit den ganzen Macheten, mit den ganzen Axtangriffen? Ja, es ist schön, dass wir das alles verbieten und was bringt es? Es bringt am Ende einfach rein gar nichts. Aber sie muss ja etwas gesagt haben zu diesem Thema. Und hier kann man nur sagen, Frau Faeser, Sie haben das Thema völlig verfehlt. Sie sind inzwischen mehr Gefahr für die innere Sicherheit, als Sie die innere Sicherheit beschützen mit Ihrer Behörde. Das, was Sie in Ihrem Ministerium machen, ist inzwischen an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Sie bekommen es absolut nicht in den Griff, die Gewalt in diesem Land. Sie haben auch überhaupt kein Konzept, weil es für Sie eine Ideologie gibt, die Ihr Parteibuch Ihnen vorgibt, dass es gewisse Dinge halt einfach nicht geben darf in diesem Land. Und die Leute, Sie werden es Ihnen quittieren bei der nächsten Wahl. In Hessen haben Sie schon Ihre Klatsche bekommen, Frau Faeser. Und Sie bekommen bei der nächsten Bundestagswahl einfach die nächste Klatsche hinterher. Ich weiß, ich finde das lustig, aber es ist eine völlige Katastrophe. Und die nächste, ihr unterstehende Behörde, ist hier das Bundeskriminalamt. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Sache bei dem Kölner Dom, wo an Weihnachten dann auf einmal hier Terrorgefahr geherrscht haben muss. Die Islamismuslage, sie ist heute eine ganz andere als vor zehn Jahren. Aber Sie wollen uns immer einreden, das ist alles nicht so schlimm. Wenn ich mir überlege im Jahr 2024, wie viele Online-Prediger haben wir, die verantwortlich sind, dass sich gewisse Leute radikalisieren. Das BKA räumt jetzt hier in einer Pressemitteilung ein, die Zahl islamistischer Gefährder hat weiter abgenommen. Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein Gefährder? Was für eine Definition legen wir hier zugrunde? Die Sicherheitsbehörden trauen Gefährdern schwere politisch motivierte Taten bis hin zu Anschlägen zu. Das ist es quasi, was die Behörde als Definition hat. Und da wollen Sie jetzt sagen, dass diese Zahlen zurückgehen. Okay, dann müssen wir uns erstmal anschauen, wie groß diese Zahlen denn überhaupt sind. Bei diesen Gefährdern, die dann von der Behörde eingeschätzt werden, dass sie also eine gegenwärtige Gefahr für das Leib und das Leben und die Freiheit anderer Menschen darstellt. Die Behörden müssen hierfür bestimmte Tatsachen vorliegen haben, damit sie diese Einstufung machen. Aktuell sind in Deutschland 483 islamistische Gefährder statistisch erfasst. Das Jahr davor waren es noch 520. Und die Zahl hat sich für dieses Jahr auf 472 weiter reduziert. Das, obwohl im Nahen Osten quasi die Konfliktstimmung so hoch ist wie seit Jahren nicht. Das, obwohl die Zuwanderung so hoch ist wie noch nie. Also die Zahl der Zugewanderten in den letzten 10 Jahren ist ja exorbitant. Aber ja, die Zahl der islamistischen Gefährder, sie soll hier sinken. Jetzt sagt allerdings das BKA selbst, der BKA-Sprecher, weiterhin ist mit einem erhöhten Emotionalisierungs- und Mobilisierungsgeschehen in Deutschland zu rechnen. Überwiegend auf Seiten des pro-palästinensischen Spektrums. Sie machen hier also quasi durch die Blume, sagen sie so ein paar Dinge, dass das wahrscheinlich nicht so ganz stimmt, was wir da immer sagen oder sagen müssen. Weiteres Zitat, tatauslösende und subjektiv empfundene Ermutigungen für einen Anschlag sind inzwischen Gang und Gebe. Das BKA, es sieht hier eine erhöhte abstrakte Gefahr und das, obwohl die Zahl der Gefährder angeblich gesunken ist. Sie wollen das jetzt begründen, dass die Zahl der radikalisierten Einzeltäter gestiegen ist. Aber das ist wieder nur die halbe Wahrheit, denn wer radikalisiert die Einzeltäter? Das sind meistens die Prediger im Netz, die offiziell eigentlich als Gefährder eingestuft sein müssten. Und wenn sie als Gefährder eingestuft sind, dann könnte man auch mal darüber sprechen, ob man ihnen das Online-Predigen denn nicht verbieten kann in diesem Lande. Denn der Rechtsstaat im Rechtsstaat, er darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen von Leuten, die hier eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen. Aber wir haben Gefahren für die innere Sicherheit, teilweise auch im Bundesinnenministerium. Ich frage mich, wie lange es noch dauern soll, bis wir einen Abschiebeflieger nach Usbekistan geschickt haben, nach Jordanien geschickt haben oder in den Libanon, je nachdem, wie man nach Syrien reinkommen möchte. Oder wie lange es noch dauern soll, bis Muslim Interaktiv endlich verboten ist. Wie lange es noch dauern soll, bis Generation Islam verboten ist. Aber es sind Fragen über Fragen, dafür werde ich keine Antwort bekommen. Höchstens ein Besuch von einem Uniformierten, der mir sagt, ich stelle die falschen Fragen. Das ist ganz normal. Die Zahl der islamistischen Gefährder hier, sie sinkt auf Rekordtief. Und das, wenn wir mal zugrunde legen, dass alleine 1050 Islamisten aus Deutschland ausgereist sind mit dem Ziel Syrien, wie dort der Bürgerkrieg herrschte. Aber wir haben hier nur wenige Gefährder im Land. Denn diese knapp 500 Gefährder, von denen hier gesprochen wird, davon sitzen 96 in deutschen Gefängnissen und 168 halten sich im Ausland auf. Es sollen nur 208 islamistische Gefährder geben, die in der Bundesrepublik auf freiem Fuß sind. Wer soll das glauben? Meine Oma bei der Tagesschau in einfacher Sprache. Vielleicht, aber, Leute, ihr seid ja also 200 Gefährder. Dann geht ihr mal auf eine Demo hier in Neukölln, wenn es wieder From the River to the Sea heißt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel. 208 Gefährder in ganz Deutschland auf freiem Fuß. Islamistische, ja, mit Sicherheit. Und dann heißt es wieder, die große Gefahr, sie geht von rechts aus. Genau, haben wir ja gesehen in der Vergangenheit. Es gab dieses Jahr einen einzigen rechten Messerangriff auf einen Muslim, der ihn angegriffen hat, aus dem einfachen Grund, weil er Muslime töten wollte. Einen einzigen habe ich bisher für dieses Jahr gefunden. Wie viele hat jetzt allein die Bundespolizei für das erste Halbjahr an den Bahnhöfen? Das sind 430 und das sind nur 5 bis 10 Prozent der gesamten Messerdelikte. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal X und Telegram, wenn du mich unterstützen möchtest. Wenn du sowieso bei Amazon bestellst, nutze einen der Affiliate-Links unter diesem Video. Klicke kurz drauf und bestelle dann ganz normal. Du hast den selben Preis. Ich habe dafür eine kleine Provision, um diesen Kanal hier weiter aufzubauen. Damit sage ich ciao, bis bald.